Kurz vorgestellt, heute mit dem Spiel knapp daneben aus dem Hause Schmidt. Dies ist ein Spiel für 1-5 Personen, ihr solltet 8 Jahre alt sein und eine Runde dauert ca. 20 Minuten. Ja, dies ist wieder ein Würfelspiel, wo alle gleichzeitig spielen. Am Anfang wählt jeder Spieler eine andere Würfelfarbe und das wird dann sein Würfel. Bei jedem Wurf, egal ob sein eigener oder der eines Mitspielers, muss er mit seinem Würfel, also seiner Würfelfarbe, plus einem anderen Würfel eine Zahl bilden. Diesen muss er in seinem 5x5 Raster eintragen und sobald er eine Zahl neben einer anderen einträgt und da nur eine dazwischen ist, also entweder ein mehr oder ein weniger, darf er zwischen den beiden Zahlen ein Kreuz machen. Diese Kreuze sind nachher die elementar wichtigen Kreuze, denn die geben die Punkte am Ende. Die Wertung dafür habt ihr am Rand des Rasters, sprich bei 4 Kreuzen, bekommt ihr 10 Punkte für die ganze Reihe. Und am Ende bekommt ihr für bestimmte eingetragenen Zahlen nochmal ein paar Sonderpunkte. Ja, Platz benötigt ihr nicht viel für das Spiel, ihr habt jeder eure eigene Spielkarte und einen Platz in der Mitte, wo ihr würfeln könnt. Es ist eine recht knifflige Sache, da man ja doch möchte, dass man möglichst viele Kreuze bekommt und da muss man doch tierisch aufpassen, dass das auch passt. ENDE ENDE